ja moin leute und herzlich willkommen zur ersten online-route hier zu morphees ja immer noch nicht alleine er hat nicht vor mich zu verlassen in nächster zeit nicht wir werden sehen was sich hier so ergibt mit unseren beknackten wir sind im team mit c2po ich denke mal die teams zufällig steht auch direkt unter welches level die haben ausgefunden waffen können wir erst wechseln wenn wir drei sind ja c2po super sam war knackt alex mx aber wir haben herausgefunden wie wir die fähigkeiten einsetzen wir nehmen das alles gerade an einem dach auf die zwei vorherigen parts auch bei uns ist es 11 uhr so wir haben massen und morgen mit zur verfügung ich würde mal sagen wir machen je nachdem wer seine runde ach ist zufallsprinzip wir waren dann beide eine runde gucken was da bei uns kommt ja und wenn und derjenige von uns der das besser hinkriegt macht dann sogar noch die eine dritte runde daraus ist das jetzt nicht eigentlich eine unfähige runde hier vier gegen drei eigentlich schon obwohl hinkriegt die guten tische sind da drunter sind ja gut das ist wahr man kann als gegen vier situation gewinnen wenn die gegner alle oder so besser treffen dann was haben wir was haben wenn wir ja und bei uns im team ist c2po nach plug in dann hat er jetzt plug in geladen ja ich komm mal ab du bist super sein die boter ist die genuss wach nacht ja ich hab meine Fähigkeit und putz mich in den Sieg den kann ich nicht abschießen oh ich hab die Kacke so na bohn, hör zu, bohn, das ist nicht drin da sind die alle, so gut, gut die Gange in alle da sind sie mehr genau sind sie 100 Meter 1000 ich sehe einen Schutze, Schutze, Schutze 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 aber ich habe trotzdem was ist das? hab ich eigentlich auch meine Kollegen abschieben? JAAAAAAA ich werde nicht sagen komm her ich war nicht winzig aber gut, das ist auch ein bisschen wenn man sich so gut abschiebt, dann kann doch nur nützlich sein du machst dich so, dann kannst du so einen Teil durch oder so ich habe das soll ich auch machen, dann kann doch nicht geil aber das ist doch alles gleich nicht viel und den Winzling da den vernichten und ich wurde von einem Winzling vernicht der der ich habe wiederum geschnitzt wurde ich denke mal hier rund die Sniper schon irgendwo was wenn der einmal hier ganz oben ist und ich war einfach hoch kurz äh äh es leckt es leckt es leckt du bist zu schwer du bist zu fett ich steck das fett ich glaube wirklich, dass wir dann nicht, dass du halt so groß wirst da wird aber da wird noch mal ein du gehst denn bei deinen Tiefen kann doch mal ein größer Casino oder da wird dir so sein, wenn die Tiefen kommen die hier oder die ich bin noch mal der Tiefen nicht ich bin noch mal der Tiefen ich bin noch mal der Tiefen Waren wir doch nicht so super, der Gerf. Mhm. In dem haben wir gefühlt eine halbe Ewigkeit abschieben. Verrückt den Gerf. Dann wurde der Gerf. Ich werde am Ende nur sehen, dass man in Rot dem Blauen auch die Nase gibt. 40 Sekunden noch. Das reicht, um was zu füllen. Nein, 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 ein Wind kling. Super-Fan. Da ist noch einer. Irgendwann fliehen muss man noch einen. Ja, ich würde sagen, der Rot ist ein bisschen größer. Na, ein bisschen. Yong. Der immer essen und ein kleine Stück an nachbemeldet ist der Kopf weg. Was nicht geht? Jetzt kann ich wachen sehen. ach du kannst du auf dem selber stellen wir gehen jetzt mal zurück zu ja das ist das geld ist wie du brauchst deine waffen selber aber jetzt erst mal wir kriegen jetzt die frage sind wir zu dritt und zweit jetzt kommt die bühne da muss doch ein wir sind zwei ich und super graus m er hat seinen klug ihn glaube ich im arm ja jetzt sieht er nach außen klug ihn wollt ihr uns verarschen ähm ja du kannst das schaffen ich glaube nicht was hast du hier an benutzt was kann hier mach mal hier ein das ist aber ein er wird ein auge auf mich naja jetzt von von k Хорошо Warte 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 weg 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 ja also wieso fliegt der nicht? nein du blieb nicht reifen musst du ihn selbst dann du brauchst Treibstoff ich bin noch vorne ich müsste dann welchen haben ztl ztl wozu hast du dieses Ding? ich wollte es gerade machen da wurde ich schon weggesniped Dreckstinkel ja man sieht BAM hier ist ein bisschen mehr als mehr gepowered immer noch gepackt ist ja kein Patererwerber auch ich bin nicht verhafen jetzt sehe ich an dabei ich bin ein langweilig ich komme nicht mehr wie man Ohne kleiner Winz-Werker da, 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 da Hallo! Das scheint sich auch um die Acht nicht bewegen zu können, aber die ist gut. Naja, das fällt nicht immer. So ein geiles Match. Go, zeig ihnen die Kraft eines Gewinnslings. Was? War das? Ich glaube, der hat irgendwas... Nein! Ja! Ich hab keine Ahnung. Du stehst da auf! Ey, wieso? Man darf YouTubern kein Spiel geben. Nein! Das ist kaputt! Jetzt spring runter, du kommst ja nicht mehr hoch! Ich komm hoch! Du kommst nicht hoch, du ziehst das nur unnötig in die Länge. Spring runter! Ja, Achtung, Abgrund, weg mich! Wenn ich dir sage, du kommst nicht hoch, kommst du nicht hoch! Ein bisschen mehr Energie, wenn ich aufgekommen bin. Oh, die werden mich da auch nicht bewegen. Ich mach einfach so wenig Schaden. Das ist schein, das ist kacke. Ich hab, äh, das sollte die vier Leute hier essen, und die beiden gucken sie mir zuvor. Ich hab, äh, was? Hä? Okay. Verloren allemal? Ja, was sollen wir da machen, zu zweit gegen vier Leute? Ich schau auf dich ja, du fielst es nicht. In diesem Spiel ist das nicht möglich. Ja, denk dich, was willst du? Ja. Da wird ein bisschen unfair. Ja, und jetzt kommt noch eine Bonusrunde. Wie schon gesagt, das war auch ein bisschen unfair. Da brauch ich was ausgeben. Bei uns war es vier gegen zwei! Vor allen Dingen einer, äh, von permanentem am Snipen. Ja. Unfair! Nennt sich das. Schade, dass du dich mitmachen kannst. Also, in Hinsicht vor den Spielspielen zu zweit. Ja. Wäre wahrscheinlich lustig. Ja. Du musst dir auch mal eine Switch besorgen. Ich sag dir schon, so lange schon. Ja, ich weiß. Ich bin aber momentan eher am Classic mit dir. Um Schaden auszuteilen. Mr. Big Bang. Spaghetti! Die geben sich alle so ganz lustige Namen. Nicht so vergessen wird Spaghetti! Spaghetti! Ich finde irgendein Minen, das Spaghetti wird. Ach du Scheiße! Ich finde allein für diese Stelle irgendein Minen, das Spaghetti wird. So, ich hab mein Mut auf. Die Morphys versammeln sich. Ich habe C2PO in meinem Team. Es ist wunderbar. Oh, vier gegen vier! So, da hat sich nur einer reingeschlägen. So, ein kleiner Klinger. So, ein kleiner Klinger. So, ein kleiner Klinger. Jetzt werde ich gewinnen. Geh hinter mir rum. Er hat sich gerade Futter und Trinken gewollt. Das sind nicht wirklich geобыśliös. Das sind die Futter im Video. Das bin ich in meinem Video. Sind wir mal zum brechen oder zum guten åtzeln? die püffeln kleiner ellen Das Spiel einer Fortnite, ey. Geht her! Das ist doch, ja. Ja. Ich glaube es muss klein genug sein. Da war irgendein Winzling drunter! Achso! Ich dachte gerade, was ist denn hier noch? Jetzt nimmt das Ding mit! Guck mal, die alles... Fagetti, ey! Fagetti! Nein, du nimmt das nicht, wird! And then Watts hat nichts. Wo ist das Ding? Ja! Ne, ihr seid am Sworn, das schafft er nicht. Ich hab doch verloren. Ja. Hallo, nach draußen. Schade aber auch noch. Wir gucken, dass ich, äh... Wir machen jetzt mal eine Masse drauf, ohne Vanille. Bisschen kurz! Dann werden wir mal die Transparenz nicht mehr weit. Bei uns! Zu mehrzigen Zeiten. Ich habe wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt schon so... ...bisschen rausgeschnitten. Ich weiß jetzt, äh... Ich habe jetzt eine gute Bilanz eigentlich. Glaube ich. Was jetzt jetzt 2-4 oder hat wahrscheinlich noch eine bessere. Ich schaue nach Zuball wird immer höher. Wir haben 3-4 Massenraub und 2-4 beliebig. Kommen die anderen beiden. Macht noch Massenraub, dann ist Massenraub-Chance wesentlich höher. Das war mein Mann. Noch ein halbes für Massenraub-Chance. Danke! Hörst du diese Musik, die kommt, wenn der aussieht? Hm? Stuhl! Oh, guck mal, Hans! Massenraub! Am Mastek-Tempel! Wieder mir immer eiskalt im Hut klauen! Bei diesem kleiner Dieb! Oh, guck mal! Wir sind unter der Map! Yeah! Barschelung, Mann! Kannst du für einen auch hier? Mh... 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 Mh, Mh... 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 So, jetzt muss ich dem ganzen Schmarrn abgehen. Mh... 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 Oh, Trazer! Let's see, dude. I got a mind-matter kill. What's wrong? You might have to find me. Convincey. That is not the last one. That's what? Huh? So. I don't want to be around here. Wait a minute. Let's go down. Now I have to have the mic. Yeah. So, that's a wonderful thing. I can't see. 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 I got to see. Nooo! Hihihihihihi! Oh, no! Ah, no! Yeah! Another Kanone. And right! Noch einmal! I can't see. I got to shoot! Oh, that's too close. That's better than I think. Oh! Achtung! Ah, das kann nur nicht! Aber schau, du wollen haben unsere Posten... Jaaa, so gut. Wir wollen noch bleiben Geräusch. Ah, Kanone! Wolle Paners! Wir sind noch nicht genutzt! Die Kanone aus dem Kitas ist dein Körper, ja. Wer hat wohl gewonnen?! Was bist du, du Winzen?! ja wir spielen jetzt noch ein bisschen einfach so das waren die matches wo der sunny mit dabei ist vielleicht ist ja noch mal mit dabei ich werde auf jeden fall wahrscheinlich sehr viel hier zu machen ja weil das ist ein echt lustiges spiel eigentlich hättest du eine switch könnte mir noch mehr gemeinnützungen aber das kann man ja jetzt nicht mehr ändern naja eigentlich schon aber für die vergangenheit nicht wir hoffen nein ich hoffe wir hoffen es hat euch gefallen wir sehen uns beim nächsten video ciao leute und bis bald au revoir